Der Vogel denkt sich so, ich schlock dich jetzt mal in die Falle mit dem Wicht, damit stirbst du vielleicht und dann renne ich zurück. Naja, jetzt sehe ich den Vogel wenigstens auch mal. Werde wahrscheinlich auch einfach durchrennen können. Wir sind auch nun wieder leicht vergiftet. Nur ein wenig. Ist sie ein V? Oh mein Gott. Sie ist ein Vogel. Du verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht, an diesem Ort, ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Warum soll ich raten, wenn du es mir einfach sagen kannst? Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten. Was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mach ich es gerne. Aaron, bitte kein Backseat Gaming. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage? Wirst du schweigen? Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und so mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen. Denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für allemal Ade sagen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Ich finde den Schwanz von ihr total hübsch. Also irgendwie finde ich das ganze Outfit und das Kostüm sehr, sehr geil. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. Sieben Jahre. Toll. Ich verstehe. Jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir sieben Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Also, ich wäre ein Vogel. Aber willst du nicht? Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Ist das Angelina Jolie? Also, wenn ich fliegen kann, wäre ich auch ein Vogel. Ich habe ja ehrlich. Oh. Gerard, du drehst dich um? Okay. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein. Aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit. Aber dafür stets zuverlässig. Hm. Interessant. So, die Vogeleinstimmung haben wir übrigens vom Pumpkin. Der synchronisiert den Vogel. War noch nicht so gut, aber wir üben dran. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin, vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen, oder... Ich weiß nicht. Sie wenigstens trösten. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Mein Gott, was ist er denn jetzt für... What the... Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Jetzt ist er wieder voll entspannt, der Mann. Gott. Verliebte sind fürchterlich. Ruhe morgen. Schlagen wurde, die uns allen damit ein... Ach, das ist auch noch ein Rollenspiel. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen. Also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallas barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Okay. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Da machen wir das mehr, ne? Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter. Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Doch obacht, wenn jemand sich ehrlos beträgt... Gerhard denkt sich ja auf eine Sojo. Und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten zugleich hier an. Die Spannung da roh, man fast greifen kann. Wer ob siegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Wenigstens eine Disziplin, die ich können so... Lasst uns beginnen. Jubel dir, Leute. Können sollte. Schmuck, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's. So, ich soll ja nicht im Weg stehen, ne? Also von daher... Prinz Horn! Ackerspack von meicht! Was denn? Verlieren wir die Nerven? Wo sind eigentlich meine Mates? Ach, die sind alle gefallen. Oh, ja klar. Oh, ich kann Drecke nehmen. Oh, ich kann cheaten. Bringen wir's zu Ende. Alter, der mit der hellen Bade macht mich wahnsinnig. Ohohoho! Töte sie, töte sie alle! Sie sich gegenseitig umkloppen lassen und den Rest übernehmen. Ja. Mein ganzes Team ist gestorben und ich muss das alles klären. Im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier... Palmerin de l'Enfant, Grégoire de Gordain. Zwei herrliche Ritter, nur ein Champion. Ich hab versagt. Gerold von Riva, er rang den Sieg nicht. Zunächst ließ er hoffen. Nun übt er Verzicht. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Heben. Nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Also muss ich nicht gegen den Berg antreten. Ja, immerhin. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Nope. Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Häckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert. Aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich, ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Ups. Aber, Herrin. Dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Der Korb aus der Hölle. Das war wirklich der Korb aus der Hölle. Du hast mich versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Gerald. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Gerald. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Oh nein. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Bleib einfach eine Vogel-Lady, Mann. Wir haben eigentlich kein Albatross-Ei. Die wären doch so schön alt, weil der Pirol wahrscheinlich, weil der Fluch an einem Pirol angelehnt ist. Und ja, Jonas, ich empfinde das auch als nachvollziehbar, wie sie argumentiert hat. Ich glaube, wenn mir so ein Typ nachstellen würde und sagen würde, ich würde alles für dich tun, würde ich auch nur sagen, geh einfach bitte. This is too much. This is way too much. Was habe ich verpasst? Ich habe nicht gewonnen, Iris, im Turnier. Aber ich werde jetzt den Fluch dieser Vogel-Lady brechen. Ein Panzer greift das Nest an! Nein, nein! Ich kümmere mich darum. Oh, ich habe noch Axi. Oh. Ich muss sagen, Axi ist schon ein sehr cooles... ...zabenspruch. Halle ich in OK-Gebilder. Und der Pirol denkt sich nur so, ey, ihr tötet gerade mal ein letztes Kind. Ist nicht OK. Er sieht ein bisschen aus wie Ganymed. Und was muss ich tun? Ich kann das nicht. Ach, das wundert mich jetzt aber. Äh, na vor allem, wenn jemand so einen Fluch für mich auf sich nehmen würde, hätte ich doch mein Leben langes Schuldgefühl. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Das stimmt. Ähm. Ja, wobei. Es gibt einen Menschen, dem würde ich sowas gerne aufbürden. Also von daher, nein, würde ich auch nicht machen. Hokage, wie geht es dir? Alles gut? Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Ich frage dich jetzt. Ja, nein.